Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie von Christine Andrejko und Co-Workers aus Morbidity and Mortality Weekly Report, das Center for Disease Control and Prevention. Es geht um die Effektivität der Gesichtsmasken in öffentlichen Innenräumen zur Prävention der SARS-CoV-2-Infektion. Daten aus Kalifornien von Februar bis Dezember 2021. Personen, die in der Öffentlichkeit in Innenräumen konsequent einen Mund-Nase-Schutz tragen, hatten in einer testnegativen Fallkontrollstudie der Kalifornischen Gesundheitsbehörde ein deutlich vermindertes Risiko, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren. Die Ergebnisse wurden im Morbidity and Mortality Weekly Report veröffentlicht. Der Unwillen der Bevölkerung in Supermarkt, Restaurants, Freizeiteinrichtungen von öffentlichen Verkehrsmitteln, Kinos, Kirchen, Schulen oder Museen eine Maske zu tragen, ist in den USA verbreitet da als hierzulande und hat zuletzt zugenommen. Der Nutzen wird häufig mit Hinweis auf eine angeblich nicht durch den Studien belegte Schutzwirkung infrage gestellt. Eine Möglichkeit den Nutzen zu untersuchen ist eine testnegative Fallkontrollstudie. Dazu wurden 652 Personen, bei denen der SARS-CoV-2-Test positiv ausgefallen war, Fälle und 1,176 Personen mit einem negativen Testergebnis Kontrollen telefonisch danach befragt, ob sie in den letzten 14 Tagen Orte besucht hatten, in denen sie Kontakt zu anderen Menschen hatten und ob und wie häufig sie dabei eine Gesichtsmaske getragen hatten. Die Kontrollen wurden so ausgewählt, dass sie das gleiche Alter und Geschlecht hatten, am selben Ort wohnen und zur gleichen ethnischen Gruppe vorgehörten wie die Fälle. Auch Einkommen und Zeitpunkte der Tests waren ähnlich. Damit sollte ausgeschlossen werden, dass andere Faktoren als das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit das Ergebnis erklären. Bei den Berechnungen wurde auch die unterschiedliche Impfquote berücksichtigt, die Infizierten waren häufiger ungeimpft. Es stellte sich heraus, dass die Fälle also die Menschen mit einem positiven Test seltener eine Maske getragen hatten. Daraus kann geschlossen werden, dass das Tragen der Maske das Infektionsrisiko senkt. Am niedrigsten war das Risiko bei den Personen, die immer eine Maske getragen hatten. Es wurde eine adjustierte Otteration von 0,44 ermittelt, die mit einem 95 Prozent Konfidenzintervall von 0,24 bis 0,82 signifikant war. Sie bedeutet, dass das regelmäßig Tragen eines Mund-Nase-Schutzes das Infektionsrisiko um 56 Prozent gesenkt hat. Für Personen, die angegeben hatten, die Maske die meisten Zeit getragen zu haben, war das Infektionsrisiko um 45 Prozent gesenkt, Otteration 0,55, 0,29 bis 1,05. Bei der gelegentlichen Nutzung war das Infektionsrisiko nur um 29 Prozent gesenkt, Otteration 0,71, Konfidenz 0,35 bis 1,46. Auch die Art der Gesichtsmaske spielt eine Rolle. Die beste Schutzwirkung erzielte ein N95K-N95-Respirator, entspricht einer FFP2-Maske, deren Benutzung mit einem um 83 Prozent niedrigeren Infektionsrisiko verbunden war. Otteration 0,17, Konfidenz 0,05 bis 0,64. Eine chirurgische Gesichtsmaske senkte das Risiko um 66 Prozent, Otteration 0,34, Konfidenz 0,13 bis 0,99. Bei einer Stoffmaske sank das Risiko um 56 Prozent, Otteration 0,44, Konfidenz 0,17 bis 1,17. Die Tests waren zwischen dem 18. Februar und dem 1. Dezember letzten Jahres, also vor der Omikron-Welle durchgeführt worden. Sie bestätigen unter anderem die Ergebnisse einer randomisierten Studie aus Bangladesch, wo die kostenlose Verteilung von Masken die Rate von Ansteckungen gesenkt hatte. Hier die zentrale Abbildung. Keine Maske, kein Einfluss. Eine Maske, eine Stoffmaske, 56 Prozent reduziertes Risiko, eine chirurgische Mund-Nasen-Schutz, 66 Prozent Erniedlung des Risikos und eine FFP2-Maske, 83 Prozent niedriges Infektionsrisiko. Weite Informationen und Ergebnisse entnehmen der aktuellen Publikation im Mobility Mortality Weekly Report.